Du vielleicht nicht, aber ich, der Jonny, der schafft alles. Ich habe ein geiles Geländemotorrad, du nicht. Oh, auch eins. Ui, nur zu steile Berge, Salman, kann man auch nicht hochklappen. Oh, ich schweiß mal direkt rein, ich strottel. Und die sehen mich nicht. Und dann habe ich direkt mal zwei erledigt, weil die mich nicht... Und die sehen, dass ich die zwei erledigt habe. Ich habe alle gefühlt, da drinnen gesehen zu werden. Alter, wie dumm sind die denn? Ich bin nur dort. Toll. Wie soll ich jetzt fliegen? Soll ich mal, darf ich mal versuchen? Ich mache das, ich fliege. Ich will einfach mal einmal probieren. Ich weiß nicht, was machst du denn? Weg da, es raucht. Okay, ich glaube nicht, dass ich es besser hinkriege. Hey, du steckst aus. Brauchst du dich nicht mehr gut mit zu fliegen? Nein. Mag mir so eigentlich fliegen nicht. Nicht? Ne. Ich finde das am bleibsten. Wir spielen, ja, aber... Warum eigentlich? Bei einer Ahnung. Ist ja nicht so, als wäre es eigentlich das Sicherste, was es gibt. Gut, vielleicht zu Fuß, aber zu Fuß ist ja... ...oft nicht möglich, ne? Aber jetzt nicht drüber fliegen, ne? Ich weiß, ich versuch mal was, wenn ich da drüber fliege. Die sind überall vermied, die Leute. Das heißt, ich versuch den direkten Weg. Aber... ...ein bisschen höher. Ne, sobald ihr zu hoher bist, dann wird's hoher. Ah, so viel höher also. Ja. Ich wollte mich erwischt. Da war ich noch kein... ...eih, ich komm dich hoch! Hehehe! Das hat uns gerettet. Hier, hier kommt bei mir die Ansage von... ...Rakete. Von Rakete? Mhm. Von der Neistigkeit her sind Raketen nicht so nice. Nur so einfach ist das, Kevin. Hahaha, ich wollte... ...wir wollen auch voll von Raketen abgeschossen. Ja eben, ich bin ausgewischt. Hier sind Heli, ne? Ja. Du weißt doch, wie es braucht. Ups, wir müssen noch richtig parken, Freunde. Ach! Es sieht alles heil aus. Dann los. Melden wir den Rebellen, wo sie ein neues Spielzeug finden. Problem ist, wir haben hier gleichzeitig Raketen. Nö. Also, ich hätte... Ach, doch, da hinten. Alter! Was machst du denn? Der lenkt mich. Jaja. Ei, Mama, Profis. Kann ich wenden. Richtig. Ich kam nicht hoch. Was hat nicht funktioniert? Komm nicht hoch mit dem Flugzeug. Das ist halt so ein altersschwaches Flugzeug. Aber echt? Wie lange ich hochfliege? Das ist halt so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. So, jetzt. Bin ich gerade. Na dann. Nein! Boah. Du bist da. Hinter dir. Über mir. Komm ein bisschen tiefer. Ich komme nicht so hoch. Ich weiß nicht, die Folge. Gemeinsam wie Gienander Teil 2 oder was? Vielleicht mache ich die Musik auch mit rein. Du bist der, der steuert, nicht ich. Ich komme nicht so schnell hoch. Ich bin ja gerade am Hochsteuern. Reicht die Höhe. Musst nur wenden. Ja, das ist auch schlecht. Das Flugzeug an sich ist schlecht. Treffen. Aufhinde Scheiße. Alter, das ist schwer. Ja, komm mal tiefer. Ja, ich passe mich dir ja an. Ja, sieht man ja. Ich bin immer zu tief drin. Ja, das liegt an dir. Du sagst es richtig. Alter, was hast du für ein Wendekreis? Das ist das Flugzeug, nicht ich. Lass erstmal weiter weggehen, dann wendest du und dann fliegen wir aufeinander zu. Ja, toll, das ist ja leicht. Ja, dann wende ich jetzt. Mit der Hoffnung, dass wir uns jetzt mal treffen. Blackrock. Komm nicht so hoch. Nein, ja, Blackrock down. Blackrock down. Ich fliege noch. die Wasser 나� hack. Ja, der funktioniert. Aber weg kann. Blackrock. chim anatomisch. Ich fliege noch. Ich fliege noch. Sie fliege noch! Sie fliege noch! Wo schwyp. Ich nicht? Meine Motorblätter sind dauernd! Dauernd! Juhuuu! Das war zu doof! Toh, ich bin direkt tot! Ja, du feils schwimm ich auch! Ich höre! Meine Motorblätter sind dauernd! Dauernd! Juhuuu! Das war zu doof! Toh, ich bin direkt tot! Hahaha, falsch! Was ist gelöst? Haben wir es alles wieder mal! Flieg du nur über mir! Warte mal, wende mal dich zu mir! Das Ding hat nen Wendekreis! Nicht abstürzen! Das war knapp! Verdammt! Kriegst du es nicht, oder was? Schatzlack! Das krieg ich nach oben! Hahaha, knapp! Ich hab's nen Boot! Haha, ich hab dich! Das war schon wieder ne Drohne! Nein, das war Granatwerfer! Toll! Das ist alle einfach dann! Haha, ich weiß! Wenn mein Helicopter down geht, dann kannst du auch down gehen! Huuu! Tank neben meinem Helicopter sogar! Ey, das ist das! Ich war doch schon tot! Wir sind quit! Außerdem sind wir jetzt im Schnee! Schnee, endlich Schnee! Dabei ist das gar nicht das Gebiet, wo wir sind! Doch, das Gebiet ist das, wo wir grad sind! Aber nicht da wo gehen müssen! Ja, scheit' ich! Gut, das machen wir jetzt nächstes! Markier mal! Ja! Da haben wir auch mehrere Sachen direkt! Schnellreise! Oder willst du? Ach komm, lass schnell! Okay! Ja, weil... Das sind doch ein bisschen zu weit weg! Auch wenn wir es einmal... Weil wir am Schluss sehr wahrscheinlich einmal mindestens durch die komplette Karte fahren! Super Veschos! Bravo! Ja! Innerhalb eines Gebietes teleportieren wir uns nicht, aber von Gebiet zu Gebiet! Ja! Kann man das schon mal machen! Ähm... Am Schluss machen wir einmal von der oberen Karte bis ganze Runden! Ja, wir können ja... Kannst du am Ende den Yeti suchen! Den wollten wir eh noch suchen! Wo ist ne Yeti? Da müssen wir mehrere Dinge machen, glaube ich! Wird also spannend! Uhhh! Nick! Nachdem wir... Ich will auf jeden Fall einmal von der oberen Karte bis zur unteren fahren! Oh! So ein Rally oder so! Viva! Viva la Revolution! Viva la Revolution! Viva la Revolution! Ehm... Mir ist gar nichts markiert, der Weg! Da musst du nochmal draufdrücken! Holzer... Immer nicht markiert, der Weg! Musst du wahrscheinlich nochmal draufdrücken? Drücke Zamba mit mir... Durke Zamba die ganze Welt... so wirst du ich fangen weg hier hoch irgendwann ich hoffe wir kriegen das gebiet heute noch fertig könnte knapp werden ansonsten nach dem urlaub oder je nachdem ob wir noch mal aufnehmen müssen auch könnte knapp werden ja mit drei stunden aufnehmen hat das wieviel folgen dann hat 12 folgen das dann und fahrt dagegen hallo verweiter ich mein typ kamikaze kommen wir zu dumm zum motorrad fahren das dann geh halt auf den boden wenn du zu dumm zum motorrad fahren bist dann geh halt auf den boden ok dann sind wir an die gleiche stelle gekommen naja ich will dich retten denn ich will nicht fahren auf den boden toll ich hab dich zu retten und auf dem motorrad setzen oh da liegt ja einer ach scheißegal auf dem motorrad fahren ist das dein motorrad? darf ich mir das mal ausborgen? du bescheuert da steht heilen und nicht drückt drauf auf zu fahren beim draufdrücken ändert sich der name auf einmal heilen oder fahren? fahren wenn dann auf dem motorrad steht äh sitzt äh getötet so jetzt gehen wir taktisch aber du bist einfach reingefahren ja ich ja ich wollte einfach durchfahren zum ziel da sind drei ziele ne ja aber dann wurde ich da bin ich überall hingeblieben wollte ich sagen wie das kam jaaaa oh hier sind der gegner dann wollte ich das rebellenauto mich grad platt fahren was für ein penner da hängen leute ja ein kreuz alter alter warum ist der hümmel so weiß so grau so voller nebel der hümmel ich hab grad hümmel verstanden hümmel genau hieß du schon? hä? hieß du schon? ich wollte die da runter holen aber das geht nicht Drohne da 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 Drohne hallo boah der sieht mich direkt an mit seinem Fernglas höh was ist denn da? oh boah die Drohne streikt sie wird gestört hier ist irgendwo ein Drohnenstörer ein Drohnenstörer oh hier sind mehrere Leute was haben so Gegnerposten so an sich? wie viel hält der denn aus? los rebellen stimmt in kleinen Normen hab ich das an uns hab die rebellen um mörserfeuer gebeten helikopter versorgen 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 dui feuerwehr äh gestört ich hab gestört ich hab gestört ich hab gestört ja meine Drohnen ist zum explodieren dringend ich hab gestört weil gestört ach schießt du wo oder zu niedrig? jawoll aber du weißt schon hopp natürlich jetzt überlebt er ja das ist ein Superman das ist ein Superman wir sterben nicht durch Füße und auch nicht durch Explosionen wir müssen den Drohnenstörer stören ja man ich bin ja gewohnt hier wirst du gewohnt? mit der Drohne jetzt rein zu gehen und die Leute zu erschießen mit der Drohne willst du dir erschießen? naja oh was machst du hier? ich bin am Boden was machst du denn nicht? hey was machst du denn nicht? sag zum Gegner hey was machst du denn? hey hey hör auf hier ich hab keine kleine Gruppe von hier wir haben Alarm auf den Schaden auch schon ihr nun wo gefällt dir die Party? oh ganz gut ne? nicht hier hinten geht aber sich da vorne geht auch so leicht vor mir wird sich auch noch mal erwähnen wer macht nun mal sonst mache ich das ja bei meinem let's place aus bisher immer gemacht allein wir haben einen link in der beschreibung dass das eine kurze umfrage die könnt ihr ausfüllen das wäre ganz nett das hilft jemanden der umfrage bei let's place dauert so zehn minuten das kostenlos dann müsst ihr auch nur alter und das ist gut ihr könnt auch das alter fälschen aber dass wir nicht so aussagekräftig dann aber es sind wir das alter damit kann ich nichts anfangen ist an und üben ja hilft jemanden was in der bachelor arbeit ich bin entwickler programmieren ich programmieren genau für hintergrundgeräusche stimmt sogar eigentlich auch ne das stimmt was am meisten nehmen geräusche von uns das ist richtig ihr habt es auch am besten zum aufnehmen von ihm das ist sendestörung